Ich bin Ausbildungsbotschafter, weil mich das von Anfang an gereizt hat, eine Ausbildung zu machen, anstatt ein Studium. Mir selber wird es als Schüler viel helfen, wenn wirklich jemand ein Azubi herkommt und mir sagt, mach das, mach das oder das ist einfach toll oder seine eigene Erfahrung wirklich mal schildert. Und deshalb würde ich es auch an jeden appellieren, einfach selber Ausbildungsbotschafter zu werden. Ich möchte anderen Leuten zeigen, dass eben der Weg, das Studium nicht der einzigste Weg ist, dass es einfach auch gut ist, eine Ausbildung zu machen. Ich selber habe ein Studium abgebrochen und habe dann gemerkt, die Ausbildung, der praktische Teil, macht einfach viel mehr Spaß und auch so habe ich die Möglichkeit, Karriere zu machen. Wir haben das Seminar gehabt bei der IHK, sind da einen Tag hingegangen und haben da dann einfach verschiedene Präsentationsmöglichkeiten bekommen. Da habe ich die Präsentation erstellt und habe einfach geschaut, das würde mich auch anstelle der Schüler interessieren. Ich habe mich dann zu Hause auch noch ein bisschen hingesetzt, habe mir überlegt, was könnte interessant für die Schüler sein, wie kann ich die eben gerade auf den Weg Ausbildung lenken und eben ein bisschen von dem Studium abbringen. Es war spannend auf jeden Fall. Es war schön zu sehen, wie die Schüler darauf reagieren, dass da jetzt eben welche sind, die eigentlich gar nicht so viel älter sind. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die Klassen waren zwar manchmal ein bisschen unruhig, aber trotzdem haben sie Interesse gezeigt und ich glaube wirklich, dass wir ihnen einiges mit auf den Weg geben konnten. Sich da vor eine Klasse zu stellen, die einem wirklich wildfremd ist und alle gucken einen dann an. Ich denke mal, das kann ich dann auch für meinen späteren Werdegang in dem Unternehmen selber auch nutzen, eben mich hinzustellen und sagen, jetzt fange ich an und jetzt hört ihr mir mal zu. Ich bin über mich hinausgewachsen.